Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka und hier gibt es ein kleines Infovideo zum Start ins neue Jahr. Vielleicht das als allererstes. Erstmal euch allen ein schönes, gutes, neues Jahr. Es ist zwar schon der 9. Januar, insofern ist es ein bisschen spät, euch das zu sagen, aber wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, war ich ganz schön krank. Und zwar erst mit einer Grippe und dann noch Corona hinterher. Das erste Mal, dass ich Corona hatte, ist ja auch was Schönes, dass man jetzt auch zum Club dazugehört. Aber es hat mich ganz schön umgehauen, deswegen war jetzt eine ganze Weile Pause. Es geht jetzt weiter. Erstmal heute mit endlich Disco Elysium und Crusader Kings 3 und Ixion. Und dann wird sich das langsam wieder alles so einpegeln, wie das auch vorher war. Vielleicht noch zwei Sachen. Zum einen Disco Elysium, die beiden Folgen, die habe ich schon vor Weihnachten aufgenommen, aber nicht hochgeladen. Die lade ich jetzt hoch. Da sage ich, glaube ich, in der finalen Folge ist doch schön, dass das an Heiligabend jetzt kommt. Das war nicht der Fall. Da war ich schon wirklich so im Bett, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, mich an den Rechner zu setzen. Und wir müssen auch, das ist ja vielleicht schön für euch, ein bisschen noch wieder bei den Streams nachlegen. Denn wie ihr wisst, wollte ich im Dezember meine Partnerschaft mit Twitch besiegeln, beziehungsweise den Affiliate-Status. Und dazu brauchte ich sieben Streams im Monat Dezember, beziehungsweise innerhalb von 30 Tagen. Und ich habe sechs geschafft, wollte einen siebten mindestens noch zwischen den Jahren hinzufügen. Den habe ich dann ja auch nicht machen können aufgrund der Krankheit. Und jetzt bin ich wieder bei nur dreien, weil ich bis zum 10. Dezember, glaube ich, schon vier Streams gemacht habe. Das heißt, ich oder drei zumindest. Und die muss ich jetzt alle nachholen wieder. Ja, das heißt, ich muss jetzt viel streamen. Aber ich glaube, es ist vielleicht sowieso gar nicht so schlecht, denn zwei Wochen Pause sind in der echten Welt, in der wir uns bewegen, jetzt nun wahrlich nicht so viel. Auf YouTube ist das ja eine Ewigkeit. Da sind die Spiele schon alt. Da nennen Leute Spiele schon alt, wenn sie zwei Wochen alt sind. Da interessiert es keinen mehr. Insofern werden wir bestimmt das ein oder andere Spiel, Ixion wahrscheinlich. Und ja, schauen wir mal, bevor ich jetzt was Falsches sage. Also die Spiele teilweise auch streamen. Ich könnte mir Terrain Victor jetzt auch vorstellen, weil wir bleiben ja beim Staffelprinzip. Jetzt kommen ein paar Folgen Terrain Victor, dann wechselt aber eigentlich das Ganze wieder. Und dann kann man da ein bisschen Zeit wiedergutmachen innerhalb des Spiels. Und trotzdem kommt das dann als Folge. Das heißt also ein Stream als Zwischenfolge, um einfach im Spiel weiter voranzukommen. Ich hoffe, ihr seid dann auch nochmal mit dabei. So viel, so schnell, jetzt kurz und knapp. Und ich freue mich, dass es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, alle, die die Corona hatten, werden entweder das verstehen oder sagen, bei mir war es gar nichts. Schreibt doch mal, wenn ihr wollt. Also ich fand es, ich fand es okay, aber es war ganz schön, irgendwie ist es scheiße. Na gut, auf jeden Fall geht es weiter, liebe Leute. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns bei einem der vielen Let's Plays oder beim Stream. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.